Am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit 2016, gab es für die Besucherinnen und Besucher die letzte Gelegenheit, die derzeitige Ausstellung im Hangar 3 auf dem Gelände des Militärhistorischen Museums der Bundeswehr auf dem Flugplatz Berlingato noch einmal zu besichtigen. Im Juni 2017 wird sich der Hangar 3 den Besucherinnen und Besuchern nach Neugestaltung wieder präsentieren. Weiterhin bleiben die anderen Ausstellungsbereiche sowie das Freigelände des Militärhistorischen Museums der Bundeswehr weiterhin geöffnet. Alle genauen Öffnungszeiten und weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.mhm-gato.de www.mhm-g Hillary엋illas-Un porta München Vielen Dank.